Ich besuche jedes Bundesliga-Stadion und bewerte das Essen, das Bier und ein bisschen auch die Stimmung. Und danach kommen alle auf eine Rangliste und wir werden sehen, wer am Ende den ersten Platz am Staubt. Heute fangen wir an mit... Das liebe ich. So sehen hier die Becher aus, Freunde. Eine Krakauer. In dem Sinne. Au. Diese Krakauer ist grandios. Geil, knackig, saftig, geil. Ein Dön... Also ein Etiköber. Da ist er. Wenn der Dönermann die Soße innen reinflächen würde, wäre das ein sehr guter Döner. Für den Stadion-Döner 8 von 10. Eine 6 von 10. Waffel am Stiel. Schmeckt wie eine Waffel am Stiel. Lecker. Hätte jetzt mehr erwartet, dass es gefüllt ist, aber ist leider langweilig von innen. Und das Signal Iduna Stadion vom BVB startet heute auf der Bulli Stadions Essentour auf der Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch.